Hallo zusammen, hier ist Larek in Albion Online und ich erzähle euch heute, wie aus Runen, Seelen und Relikten Artefakte und schlussendlich Artefakt Waffen und Rüstungen werden. Damit ihr wisst, worauf ich hinaus will, fange ich quasi mit der Erklärung mal hinten an, also zäume das Pferd quasi von hinten auf. Ihr habt ja sicherlich schon gemerkt, dass es in Albion Online von jeder Waffen- und auch Rüstungsart drei verschiedene, in Anführungszeichen, normale Versionen gibt. Ich zeige das mal hier anhand der Äxte. Ich bin übrigens auf dem Testserver, deswegen habe ich hier alles auf Maximum. Ich habe jetzt nicht in Wirklichkeit so hochgelevelt, leider. Zurück zu den Äxten. Da gibt es diese drei normalen Versionen, die ihr vielleicht schon kennt. Das ist einmal die Streitachst, die Großachst und die Hellebarde. Das sind die ganz normalen Achs-Versionen. Und dann gibt es noch drei weitere Artefakt-Varianten. Das ist einmal hier der Aas-Rufer auf T4 des Adepten. Besteht aus den normalen Rohstoffen plus einem Artefakt. Dazu später mehr. Dann gibt es hier die Höllensense. Genau das gleiche. Besteht aus den normalen Rohstoffen plus einem Artefakt. Und zu guter Letzt die Bärentatzen. Die haben jeweils auch eine eigene und individuelle E-Fähigkeit, genau wie die drei normalen Versionen. Und die sollten eigentlich im Durchschnitt alle etwas stärker sein. Das trifft nicht unbedingt auf jede Artefakt-Waffe zu. Manche sind auch nur für ganz bestimmte Gelegenheiten zu gebrauchen. Aber grundsätzlich kann man das so sagen. Hier hinten, um jetzt noch mal kurz auf die Skills einzugehen, hier hat man die drei normalen. Das sind diese drei hier, kann man dann leveln. Und die drei Artefakt-Waffen verbergen sich alle hinter diesem Artefakt-Axt-Kampf-Spezialist-Skill. Das heißt, wenn man das hochlevelt, levelt man quasi alle drei Artefakt-Waffen-Arten gleichzeitig, die sich dahinter verbergen. Jetzt zur Frage, wie kann ich so eine solche Artefakt-Waffe herstellen. Da kommen die Runen, Seelen und Relikte ins Spiel, die ihr sicherlich schon mal gefunden habt. Die Runen, die gibt es quasi wie, ich will nicht sagen, Sand am Meer, aber die sind nicht so unbedingt selten. Die Seelen schon etwas seltener und die Relikte doch schon relativ selten. Die Artefakten, die gibt es auf jeder Tierstufe ab 4 aufwärts bis nach 8 gibt es die und die werden oder sind quasi für stärkere Versionen der Artefakt-Waffen- und Rüstungen, Rohstoffe, wenn man so will. Diese Runen und Seelen und Relikte kann man eintauschen gegen Artefakte und aus diesen Artefakten kann man dann die Artefakt-Waffen- und Rüstungen herstellen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. In jeder der großen Städte gibt es eine sogenannte Artefakt-Gießerei. Das ist hier dieser NPC mit diesem sternförmigen Tisch und hier ist so ein riesiger Hammer. Auf der Karte sieht der folgendermaßen aus. Der hat hier so ein Symbol, das ist glaube ich soll eine Essenz sein, was auch immer das rein optisch darstellen soll, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall dieses Symbol. Und wenn man draufklickt, hat man hier verschiedene und im ersten Augenblick auch recht verwirrend aussehende Möglichkeiten. Erstmal, um grundsätzlich zu erklären, was hier passiert. Ich kann, das ist quasi so eine Art Glücksspiel, ich kann hier die Runen und die Seelen und die Relikte, ich zeige es jetzt mal anhand der Runen, der Effekt ist immer der gleiche. Dann kann man eintauschen, zufallsbasiert eintauschen gegen ein Artefakt. Das funktioniert folgendermaßen. Im allerersten Schritt muss ich erstmal auswählen, welche Stufe ich haben will. Das ist noch relativ selbsterklärend, denke ich. Es geht eben von 4 bis 8. Ich nehme jetzt mal 4, da habe ich hier 999 Runen. Und kann jetzt hier im zweiten Schritt auswählen, will ich denn Runen umtauschen, will ich Seelen umtauschen oder will ich Relikte umtauschen. Diese drei Gegenstände geben jeweils verschiedene Subkategorien von Artefakten. Ich zeige das nochmal anhand der Äxte hier. Ich fahre mal eben da hin. Das war hier. Ich hatte ja gerade schon gesagt, hier gibt es drei Artefaktwaffen. In jeder Waffengattung gibt es drei Artefaktwaffen und auch drei Rüstungsarten. Wenn man sich jetzt mal den Aasrufer anguckt und sich dann mal hier anguckt und dieses Relikt anschaut, äh, Entschuldigung, dieses Artefakt anschaut, Morgana, Helle Badenkopf. Wenn man da draufklickt, sieht man, das wurde aus 50 Hohnen hergestellt. Wenn man sich jetzt mal die Höllensense stattdessen anguckt, guckt man sich hier den Höllensichelkopf an. Der wurde aus 50 Seelen hergestellt und ihr erntet es jetzt schon, die Bärentatzen, wenn man sich hier die Hüterachsköpfe anschaut, die wurden aus 50 Relikten hergestellt. Ich habe ja gerade schon gesagt, Runen kommen öfter vor als Seelen und die wiederum öfter als Relikte. So ist das hier auch mit der, ja, mit der Stärke der Waffen. Man kann eigentlich sagen, dass die Bärentatzen ja auf jeden Fall die stärkste Waffe darstellen aus diesem Trio, gefolgt von der Höllensense und die Arasufer hier die schwächste Variante der Artefaktwaffen ist, was aber nicht unbedingt heißt, dass sie schwach ist. So, wie kommen wir jetzt an die Artefakte dran? Dann, ich mache es jetzt einfach mal mit Runen. Wie gesagt, hier, Seele oder Relikt kann ich auswählen. Ich wähle Rune aus und letztendlich kann ich noch sagen, aus welchem Rollenbereich, wenn man so will, das Artefakt, was ich gerne hätte, kommen soll. Denn ich kann nicht einfach sagen, ich hätte jetzt gerne dieses und jenes Artefakt, jetzt bauen wir das mal. Nein, es ist ein Glücksspiel. Ich kann höchstens sagen, gib mir ein Artefakt der Rolle Krieger, gib mir ein Artefakt der Rolle Magier oder gib mir eins der Rolle Jäger. Oder aber, es ist mir egal, schmeiß alle in einen Pool quasi. Der Unterschied liegt darin, wie viel die Sachen kosten. Wenn ich jetzt speziell eins aus der Kriegerrolle haben möchte, kostet mich das 50 Runen. Genauso wie beim Magier oder beim Jäger. Wenn ich aber sage, ist mir egal, ich will hier voll auf Glücksträhne gehen, dann kostet mich das nur 36 Runen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wovon redet der Larek da eigentlich, was meint er denn mit Krieger, Jäger und Magier? Das entspricht im Grunde genommen den drei Wegen, die es hier auf dem Schicksalsbrett gibt. Es gibt ja die Krieger, den Kriegerweg, sage ich jetzt mal. Das ist einmal hier die schwere Rüstung und die Gesellenkrieger, die Waffen, die unter dem Gesellenkrieger zu finden sind. Was den Jägerbereich angeht, sind das hier die Lederrüstungen und die Jägerwaffen. Und was die Magier angeht, sind das hier die Stoffrüstungen und die Magierwaffen, also die Stäbe. Das sind die Rollen, die damit gemeint sind letztendlich. Ich zeige jetzt einfach mal als Beispiel, die Äxte gehören zur Kriegerrolle. Ich hatte gerade den Morgana, Helle Badenkopf, das ist er hier, er ist da drin in diesem Pool von möglichen Ergebnissen. Wenn ich jetzt einfach mal auf Verschmelzen klicke, dann wuschelt er hier so ein bisschen rum, der Hammer kommt runter und ich bekomme ein Artefakt. In diesem Fall den verlorenen Armbrustmechanismus. Das braucht man hier, um den klagenden Repetierer herzustellen. Keine nicht unbedingt eine schlechte Waffe. Aber wenn ich jetzt hätte eine Axt produzieren wollen, hätte ich Pech gehabt. Hätte ich das jetzt nicht bekommen. Und das ist eben auch so ein bisschen der Karsus Knacktus hier in der ganzen Geschichte. Ich kann nicht steuern, welchen von diesen Artefakten ich bekomme. Ich muss mich da ein bisschen auf mein Glück verlassen. Das heißt nicht nur ein bisschen, sondern das ist eine völlige Glückssache. Ich kann das überhaupt nicht weiter spezifizieren. Das gleiche ist, wenn ich jetzt hier oben gesagt hätte, naja, ich will jetzt meinetwegen T5 und ich will jetzt kein Runen-Artefakt, sondern ich will vielleicht ein Seelen-Artefakt, weil ich hier vielleicht den Dämonenhelm haben möchte. Ist hier der gleiche Ablauf, kostet wieder 50 Seelen. Ich drücke auf Verschmelzen und bekomme dann, naja, wieder das falsche Artefakt in diesem Fall und so weiter und so fort. Gut, die Artefakte kann man natürlich auch direkt am Auktionshaus kaufen. Man kann sie auch direkt finden, genau wie die ganzen anderen Sachen hier, Runen, Seelen und Relikte, kann man auch am Auktionshaus natürlich kaufen und verkaufen. Das ist also auch möglich. So, jetzt haben wir hier so ein paar Artefakte ergambelt, sage ich jetzt mal. Ich habe hier auch schon mal ein paar Rohstoffe bei mir reingelegt, hier unten. Und jetzt zeige ich euch, wie man ein entsprechendes Artefakt oder ein entsprechendes Artefakt war, verkraftet. So, ich hatte ja gerade bei den Artefakten hier den verlorenen Armbrustmechanismus. Armbrüste sind Kriegerwaffen. Ich bin also einfach mal hier zu einer Kriegsschmiede gelaufen in Kalion auf dem Testserver. Und dann funktioniert das Craften eigentlich genau wie alles andere auch. Ich habe hier mal angeklickt, dass ich bitte nur das Herstellbare angezeigt bekomme. Und wenn ich jetzt hier ganz nach unten fahre, hier bekomme ich natürlich alle Waffen, weil ich ja alle Skills auf 100 habe hier auf dem Testserver. Und hier ganz unten sieht man den klagenden Repetierer des Adepten. Wenn ich den craften will, ist eigentlich gar kein Unterschied zu einem ganz normalen Craftingvorgang. Nur, dass hier statt dem Holz und des Metalls, was sowieso gebraucht wird für jede andere Armbrust auch, dann eben auch dieses Artefakt da ist. Und wenn ich dann einfach auf Fertigen klicke, muss ich noch ein bisschen Silber bezahlen, wie das nun mal so ist. Und schwupps ist meine Artefaktwaffe fertig. Die kann ich jetzt anlegen, kann sie benutzen und die ganze Sache ist geritzt. Das, so stellt man eigentlich Artefaktwaffen her. Das gleiche gilt für Artefaktrüstungen. Der Prozess ist genau der gleiche. Brauche ich glaube ich jetzt hier nicht zu zeigen. Das ist aber nicht alles, was man mit Runenseelen und dergleichen mehr anfangen kann. Und was es da noch so gibt, das zeige ich euch jetzt. Ich bin wieder zurück an der Artefaktgießerei, denn hier kann man auch noch mehr mit den Runenseelen und Relikten anfangen. Ich kann zum Beispiel hergehen und Gegenstände verzaubern. Das bedeutet, ich nehme einen Gegenstand, wie jetzt hier meinen gerade gebauten Repetierer, lege den einfach hier rein und kann den upgraden von Flat 4.0 auf T4.1. Also die erste Verzauberungsgrad und das kostet mich in diesem Fall 96 Runen. Achtung, wenn die das nicht einfach nachmachen auf dem Live-Server, denn da muss man schon genau gucken, was kosten denn die Gegenstände, die ich hier so verbaue und ist das überhaupt wirtschaftlich, wenn ich das mache. Genauso wie es wahrscheinlich wenig sinnvoll ist, eine Artefaktwaffe Flat auf 4.0 oder 5.0 oder 6.0 herzustellen. Dann mag es immer mal besser sein, direkt eine Verzauberung herzustellen. Aber das müsst ihr einfach mal anhand des Marktes gucken, was da am wirtschaftlichsten immer so ist. So, auf jeden Fall kann ich jetzt hier, wenn ich verzaubern klicke, dann tüttelt er wieder hier so ein bisschen rum und am Ende des Prozesses habe ich jetzt eine 4.1er Armbrust. Das Ganze kann ich natürlich wiederholen. Ich lege das Ding wieder hier rein und diesmal kann ich es von 4.1 nach 4.2 verzaubern. Und es kostet mich aber keine Runen, sondern Seelen. Wenn ich jetzt wieder verzaubern klicke, passiert das gleiche wie eben und ich stehe am Ende des Tages mit einer 4.2er Armbrust da. Das kann ich natürlich nochmal machen, bis auf 4.3. Das kostet dann diesmal schon Relikte. Zeige ich jetzt auch nochmal kurz, auch wenn ihr es mir wahrscheinlich auch so geglaubt hättet. Und ich habe eine 4.3er Repetiergeschichte hier. Das ist aber noch immer nicht alles, was ich mit Runen und dergleichen machen kann. Nein, ich kann die auch umwandeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich habe hier 800 Runen und ich brauche aber lieber Seelen oder hätte lieber Seelen, dann kann ich die hier bei der Artefaktgießerei umwandeln. Ich wähle hier einfach aus hier die Seelen und sehe dann, aha, eine Umwandlung von der Rune zur Seele kostet mich eine Rune und 2.500 Silber oder aber eine Einheit gesammelter Energie. Ich kann also hier einfach sagen, naja, komm, wandle mal 56 Stück um, fertigen. Dann kostet mich das natürlich ein bisschen was, 142.000 Silber in diesem Fall und schwupps, ich habe jetzt hier gerade die Runen verloren. Habe ich nur noch rund 750 und dafür habe ich knapp über 400 Seelen. Das Ganze funktioniert nicht nur auf einer Stufe, dass man Runen in Seelen und Seelen in Relikte umwandeln kann. Nein, man kann sie auch upgraden von der Tierstufe her. Ja, ich kann also aus einer T4-Rune auch eine T5-Rune machen, kostet mich in dem Fall aber, also eine T5-Rune kostet mich in dem Fall aber gleich 5 T4-Runen. Man kann also aus den 747 Runen T4, die ich hier habe, gerade mal rund 150 T5er machen. Wenn ich jetzt auf Fertigen klicke, sehen wir, ich habe fast keine T4er mehr, dafür hier 150 oder rund 150 T5er. Ja, das war eigentlich so alles, was man erstmal mit diesen Gegenständen machen kann. Ihr seht, die findet man zwar relativ viel, aber sie sind für die Wirtschaft Albions sehr, sehr wichtig. Denn die Artefaktwaffen und Artefaktrüstungen sind eben auch sehr, sehr wichtig. Von daher überlegt euch gut, was ihr damit macht. Ihr könnt sie hier verkaufen, ihr könnt sie selbst benutzen. Ich selber wandle die nie um hier, weil ich da immer so ein gnadenloses Pech bei habe, dass ich immer absolut wertlose Artefakte bekomme und mich nachher ärgere, dass ich die Runen nicht hier am Aktionshaus verkauft habe. Diese Lektion habe ich gelernt, seitdem verkaufe ich die nur noch und kaufe die Artefaktwaffen direkt, die ich brauche. Aber ich habe auch schon von Kollegen gehört, die da sehr, sehr, sehr viel mehr Glück hatten. Ja, mehr gibt es eigentlich an dieser Stelle nicht zu erzählen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, könnt das Wissen anwenden. Falls ihr weitere Fragen habt zu Albion, über Ideen, wozu ich weitere Videos machen könnte, einfach in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich. Ich freue mich auch über Abonnements, Likes und andere Kommentare, über konstruktive Kritik und dergleichen mehr. Und wünsche euch jetzt eigentlich nur noch einen schönen Tag. Euer Larek.